In diesem Film zeige ich Ihnen, wie Sie durch das Verbuchen eines Verkaufsauftrages automatisch einen neuen Serviceartikel erstellen können. Dazu sollten wir mal als erstes einen Blick auf jenen Artikel werfen, den wir gerne verkaufen möchten. Dazu öffne ich die Artikelliste und in der Artikelliste suche ich mir den Artikel mit der Nummer 8001 heraus. Das ist der Computer, ein ziemlich nicht mehr so neumodernes Gerät mit 533 MHz und in den Stammdaten dieses Artikels finde ich eine sehr, sehr wichtige Information des Service betreffend, nämlich die Serviceartikelgruppe, dass mein Artikel mit der Nummer 8001 der Serviceartikelgruppe Desktop zugeordnet ist. Und genau diese Serviceartikelgruppe ist dafür zuständig, dass in einem Verkaufsvorgang automatisch ein Serviceartikel erstellt wird. Öffnen wir dazu die Serviceartikelgruppe und klicken wir auf erweitert, um hier die weiteren Details zu dieser Serviceartikelgruppe uns anzeigen zu lassen. Die wichtigste Information an dieser Stelle ist die Spalte Serviceartikel erstellen. Dies bedeutet, dass in einem Verkaufsvorgang automatisch ein Serviceartikel erstellt wird. Kehren wir zurück zu unserem Artikel. Dieser Artikel 80.000 soll also nun verkauft werden und dazu verwende ich einen Verkaufsauftrag, den ich über den Debitor mir erstellen lasse. Ich schließe dazu die Artikelkarte und öffne den Punkt der Debitor. In der Debitor-Liste suche ich mir den gewünschten Debitor heraus, zum Beispiel den Debitor Möbel Meller mit der Nummer 10.000 und klicke dann auf Neu und zwar auf Verkaufsauftrag neu. Dazu wird mir automatisch ein neuer Lehrerverkaufsauftrag geöffnet. Ich hole mir die nächste fortlaufende Auftragsnummer und habe automatisch schon den richtigen Debitor im Kopf befüllt. Als Auftragsdatum verwende ich den 25.01.2018, als Buchungsdatum jedoch den 31.01.2018. Was noch fehlt ist der Eintrag, welcher Artikel hier verkauft wird. Dazu wechsle ich in die Zeilen und gebe als Art Artikel ein und als Artikelnummer die Artikelnummer 80.001. Der Debitor ist mit dem Lagerort blau verknüpft und nach Eingabe einer Menge wird hier überprüft, ob diese Stückzahl auch wirklich am Lager vorhanden ist. Ich erhalte hier eine Verfügbarkeitswarnung, dass dieses eine Stück nicht auf Lager ist. Da nun mein Artikel der Artikel 80.001 mit einer Serviceartikelgruppe verknüpft ist und diese Serviceartikelgruppe die Einstellung besitzt, dass ein Serviceartikel automatisch angelegt werden soll, könnte ich nun erwarten, dass wenn ich auf Buchen klicke, dass automatisch ein Serviceartikel angelegt wird. Beim Buchen habe ich jedoch die Entscheidung, ob ich nur liefern, nur faktorieren oder eben beides möchte und wenn ich die Option liefern möchte, dann erzeuge ich nun die Lieferung dieses Artikels per 31.01.2018. Ich klicke auf OK, um die Lieferung zu verbuchen. Nun stellt sich die Frage, reicht das Verbuchen der Lieferung dem System, um einen Serviceartikel anzulegen? Diese Frage können wir relativ leicht klären, indem wir aus dem Auftrag herausgehen und uns im Rollencenter den Punkt mit den Serviceartikeln öffnen. Hier finde ich nun einen neu angelegten Serviceartikel, daran zu erkennen, dass der Garantiebeginn am 31.01.2018 ist. Das ist also genau mein Lieferdatum und diesen Serviceartikel, den kann ich mir nun etwas genauer ansehen. Der Serviceartikel selbst hat eine fortlaufende Nummer. Er besitzt die Beschreibung des ursprünglichen Artikels und auch die Artikelnummer, aus dem dieser Serviceartikel entstanden ist, ist hier eingetragen. Des Weiteren finde ich hier die Zuordnung zur Serviceartikelgruppe, den Status installiert, der hier automatisch gesetzt wird, sowie die Priorität niedrig. Diese Priorität niedrig wird automatisch gesetzt und kann bei Bedarf geändert werden. Des Weiteren ist am Serviceartikel vermerkt, welchem Debitor dieser Serviceartikel verkauft wurde. In dem Fall ist es der Debitor 10.000 und würde dieser Artikel einem anderen Debitor oder eine andere Lieferadresse geliefert worden sein, würde das auch hier am Serviceartikel vermerkt sein. Last but not least finde ich auf dem Register Details den Einstandspreis, den Verkaufspreis und das Verkaufsdatum sowie das Installationsdatum für den jeweiligen Serviceartikel. Damit sehen wir nun, dass der Serviceartikel durch das Buchen der Lieferung bereits automatisch angelegt wird. Was uns noch fehlt für unseren Auftrag, zu dem ich jetzt zurückkehre, ist nun das Verbuchen der Rechnung. Dazu gehe ich wieder zu dem jeweiligen Debitor, dem ich den Auftrag erstellt habe und finde dann beim Debitor 10.000 unter Navigate zum Beispiel, finde ich all seine Belege, wie zum Beispiel auch die Aufträge und öffne mir hier dann den jeweiligen Auftrag. Erkennbar am Belegdatum 31.01.2018 handelt es sich hier um diesen Auftrag. Ich klicke auf Bearbeiten, um diesen Auftrag weiter zu bearbeiten. Und was uns hier noch fehlt an Bearbeitung, das ist das Erstellen der Rechnung. Dazu klicke ich noch einmal auf Buchen, ich klicke auf Fakturieren und habe nun diesen Auftrag hier auch fakturiert. Somit bin ich hier am Ende meines Beispieles. Ich habe also einen neuen Auftrag angelegt. Im Auftrag habe ich einen Artikel verwendet, der einer Serviceartikelgruppe zugeordnet ist. Und diese Serviceartikelgruppe ist so eingestellt, dass automatisch Serviceartikel beim Liefern erstellt werden. Aber ob es solche Arbeit noch nicht sichtbar sind, dass auch die Ausgabe der Belegation durchgeführt werden sollen. Ich bin überhaupt sehr wichtig. Und ich bin sehr wichtig. Und ich bin sehr wichtig. Und wie ist es jetzt gut bei der Belegation. Vielen Dank.